Wir werden gleich zum ersten Mal das Feld der 17 Autos hier über die Stafel-Ziehlinie rasen sehen. Jetzt sind sie Motodrom, Sachs-Kurve und die Stilke. Und da steht ein Endgültig draußen, Eingangs-Motodromen. Ich glaube nicht, dass ich da noch habe, das ist neu, ich glaube nicht, aber ich habe mich dann da. Dann kommt es auf Leitgänze. Vielen Dank.